Willkommen zurück zu GTA 5 Storymodus und ich bin neuer DigiGammer. Jetzt fängt mein Auge an zu jucken ein. So, wir sind jetzt in Sand bei seinem Kumpel hier, genau. Könnten wir jetzt mal eigentlich mal die... Debra ain't gonna like this, not one little bit. Statt unsicher machen würde ich sagen. Lass mal umgucken hier, wa? So, dann gehen wir mal raus. Jo. Jo. Wo stecken wir einen hier in deinem Glitzer? So, wo wollen wir hin? Wo sind wir überhaupt hier? Da. Michael. Rondale? Ach, Rondale wollen wir nicht machen. Wo ist das in hier? Wo ist das in hier? Wo ist das in hier? A little bit back. Da kann ich mein Handy. So. So. Eigentlich können wir auch mal ein neues Auto holen. So. Jetzt geht's hier los. Co. So. Wo ist das in hier? Что n vier wir hier? Mom, this country is just giving away its money to other countries. Oh crap! You gotta start buying an American. Well, you know. You'll see! This shit is wet, son! Oof, hmm. Schönes Auto, schönes Auto. Jetzt geht es wieder ab hier. Oh nö. Äh, nö. Warte hier mal auf die Nacht. Hey! We're not Ma'am. I just furged this puppy! So, los geht's, hier, da. So, da. Rade aus. Brinisele. In der Nähe wohnt ja der Maikol. Wollt ihr ja nach unten? Zum Fragezeichen. Okay, mein Audi ist kaputt. Tschüss, kleiner Audi. Schuss. 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 So, den glaube ich gleich da, ne? So, dann haben wir auf den mal gut gespielt. Spielen, dann können wir auch mal die anderen beiden mal wieder. Spielen. Wunderbar. Ein Verhältnis-Geräusch-Druck. Das ist ein perfekt guter Sock. Und eine ganze Courgette. Ich denke, du sagst eine Zucchini, Frau Thornhill. Wir lassen uns nicht. Ja, wir machen uns nicht. Wir machen, wir sind nicht hier. Okay. Du bist nicht... ...Jock Cranley, bist du? Actor und Artist? Ich liebe deine Arbeit. Oh, Stunt Double? Oh, unsere Lieblings-Geräusche. Frau Thornhill, schnapp! Das ist die Zucchini. Wunderschönen. Wir lassen mich... ...Geräusche, wie du gemacht hast. Wie du auf der Poster hast. Ja, okay. Also, das wäre mein Lieblings-Geräusch. Wie das? Ja? Oder vielleicht etwas wie das? Oder wie das? Wie du das? Das ist genug, Herr? Wie du das? Was hast du? Haha Die Frau Thornhill hat die größte Überzeugung von künstlerischen Unterwerken und künstlerischen Bedürfnissen. Dinge, die sie sich selbst benutzt haben. Ihr habt eine große Freude, okay? Ich muss es gehen. Wir können uns mit Hilfe helfen. Alles, was überrascht, überrascht und überrascht, ist so ein Geschäft. Nigel hat einen Arthritischen Knochen. Was hast du, was hast du? Ein paar Zauberien für mein Museum. Look at this map. A lot of these places have famous people living in them. And some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! Haha! Zuuu! Kori? Ja, du hast es gemacht, du hast es gemacht. Das war's. So, jetzt mal gucken. In the United States. Okay. Ich weiß mich doch gerade der Fahrer schon umhandelt. Okay, jetzt mal zum Microphone. Okay, nochmal kicken. Okay, mal zum Golfplatz. Da stand gerade was mit dem Golfplatz. Und der Golfplatz. Futterberg. Futterberg. Au! Die liegen immer auf der Seite. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin der perfekte Mann für deine Fibber. Er machte eine Realität, aber er ist wirklich gut. So, jetzt müssen wir hier was stiehlen. Und wo ist der? Ich bin der Fibber. Komm schon, komm in den Hottub mit mir. Ich bin Angst. Ich denke, die Pille du mir hast, ist weg. Ich bin... Hey! Wer der F*** ist? Yo, was du hier machst? Das ist private property. Just pretend ich nicht hier, Kinder. Er ist verrückt. Ich kenne die Fibber. Hallo? Polizei? Uh, da... Da ist ein... Ah! Ah! Scheiße, scheiße, scheiße! Die Boindse kommt doch noch. Scheiße, scheiße, scheiße! Ah! 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 Statt auf der Call! Ich sitze, stop! Oh wie fuck, oh wehuuu! Oh! Oh oh ooooh. Oooooohh oh! Scheiße scheiße scheiße! Schnell weg! Was ist das? Was ist das? Jauuuu! Weg! Juhu! So, erstmal ein neues Auto holen. So! Will ich hochfallen? Soooo! Soooo! Hier lang? Was ist passiert? Das ist so ein schöner Auto. Aber nö, nö! So, ein bisschen. Was war der Versuch? Da kommst nicht hoch, wa? Oh Mann, oh Mann. Oh, nö, nö, nö! Oh, nö, nö, nö! Bin ich gesehen. Oh, nö, 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 nö! Ah, der liegt immer noch hier. So! So, ich glaub, zum Golfplatz sollten wir nochmal fahren, ne? Wie sind diese Dramatische Musik? Warum machen diese Dramatische Musik über alles? Warum machen diese Dramatische Musik über alles? Warum machen diese Dramatische Musik über alles? Hallo? Das ist Nigel. Bitte, bitte kurz. Ich bin in den USA, Amerika. Das ist ich, nicht der Kuss. I picked up some clothes from your friend Tyler Dixon. There's even a skidmark. What fantastic news! Wait till Mrs. Thornhill hears about this. Oh, she will be pleased as punch. Verstanden. Yippie-yay, yippie-yo. So. Wird das immer noch angezeigt jetzt? Ja. Das ist nämlich jetzt hier Golfplatz, ne? Lauf. Lauf mal außen rum würde ich selber. Die associate producers? You give them an inch! Lauf mal außen rum. Lauf mal außen rum. Lauf mal außen rum. Lauf mal außen rum. Ich bin auf Feuer heute. Schau hinter der Union, wie es der Mama ist. Natürlich ist es schön nicht aufs Setzen zu einmal. Man, manchmal habe ich nicht so Fotogenik. Ich habe alle Faktoren mit CGI, wenn ich kann. Ich habe einen Golf-Koch in Milan gesagt? Hey, du, weg! Get out of here! So, no. Try it. Es gibt eine gleiche Replication von mir in Omsk zu spüren, als wir sprechen. Ich kann nicht eine Scheiße ohne Sicherheit diesen Tag. Diese Produzenten, du gibst ihnen einen Inch! Oh, das ist schon nicht verkehrt. Hm, glaube ich, einmal außenrum, würde ich sagen. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Okay, ich hab so viel geschlagen. Oh, ha. Verdammt. Wie soll ich denn da den Schläger holen? Oh, okay. Oh, okay. Die Maus noch rumlaufen. Die Haftpumpe da rein schmeißen. Die Haftpumpe. 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 Ich bin weg. 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 Ich bin weg.